Was ist Ihre Motivation bei der Schweizer Meisterschaft mitzumachen? Ich bin Fabienne Troxler, bin 20 Jahre alt und arbeite bei Spritzwerk Melliger als Autolackiererin. Was ist Ihre Motivation bei der Schweizer Meisterschaft mitzumachen? Sicher meine persönliche Ehrgeiz, meine Qualitäten zu zeigen und einfach etwas Neues zu erfahren. Was bedeutet Ihnen diese Teilnahme? Sicher nehme ich dort viel mit, kann viel lernen. Es ist eine neue Herausforderung für mich und ich kann sicher viele Erfahrungen mitnehmen. Was bedeutet denn Ihre Ausbildung in der Karosseriebranche und wie sind Sie dazu gekommen? Mir bedeutet diese Ausbildung sehr viel. Ich habe früher schon viel handwerklich gearbeitet. Ich bin froh, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Es gefällt mir wirklich gut auf diesem Beruf. Und wie ich dazu gekommen bin, war ich durch das Internet und durch ein Schnupperchen hier im Jahr 2007. Was ist Ihr grösste Traum? Sicher ein unproblematisches, gesundes Leben zu führen, mit vielen glücklichen Momenten. Was begeistert Sie an Ihren Hobbys und was sind Ihre Hobbys? Ich mache sehr gerne Sport, dass ich an meine Grenzen komme. Ich teste mich sehr gerne und begeistert mich eigentlich die Leistung, die ein Körper hervorbringen kann, wenn er unter voller Belastung steht.